Ein insgesamt sonniger Tag, ein trockener Tag, ein verhältnismäßig freundlicher. Und das ist nicht nur fürs Gemüt gut, sondern auch zum Produzieren von Energie. Und Herr Nollau, Sie sind vom VDE und können uns also elektrotechnisch ein paar Dinge erzählen. So eine Solaranlage, wir kennen die, die stehen auf dem Dach oder es gibt so Freiflächenanlagen. Aber neuerdings kann man ja sich auch einfach ein Solarmodul kaufen und das irgendwie in die Steckdose stecken. Also wenn man eine Terrasse hat oder sowas, geht das so? Ja, das geht so einfach. Sie können sich Solarmodule kaufen und dann auf Ihrem Balkon selber Strom erzeugen und so auch mit zur Energiewende beitragen. Also wirklich, da geht man, ich sag jetzt mal salopp, im Baumarkt wahrscheinlich gibt es da sowas, ne? Nehmen das mit und ohne Installateur und sowas steche ich das einfach in eine normale Steckdose rein? Ja, ganz so einfach geht es nicht. Seit etwa einem Jahr ist das auch regulatorisch festgelegt und auch von der Politik festgelegt, wie das funktioniert. Sie kaufen das Gerät und wir empfehlen dann immer noch einen Handwerker, einen Elektroinstallateur mit dazu zu nehmen, dass er mal ihre Leitungen überprüft, aber auch das richtig dann in das Netz einspeisen. Ja, man denkt ja immer, Strom kommt aus der Steckdose raus, aber rein technisch kann der eben auch reingehen. Wie ist das, wenn ich da Strom produziere, weil also das Ding draußen angestaltet ist, es ist niemand zu Hause, der Fernseher läuft nicht. Jetzt sieht man hier mal so eine Anlage, also wir haben das mal so ein bisschen ideell. Ja, das sind zwei so Module, sehen wir hier gerade. Das sieht aber nicht nach einer normalen Steckdose aus. Nein, das ist eine spezielle Einspeisesteckvorrichtung, einfach dessen, dass man natürlich den Verbraucher auch da schützen möchte, dass er das zum Beispiel nicht in einer Mehrfachsteckdose benutzen kann. Warum nicht? Die Mehrfachsteckdose würden Sie dann einfach überlasten, wenn Sie da mehrere Module gleichzeitig hineinstecken, dann würden die Leitungen das nicht aushalten, die Leistung, die Sie damit produzieren können, dann auch wirklich in Ihrem Haus zu verteilen. Ja, wenn zu viel Strom durch so eine Leitung geht, was passiert dann? Dann wären die Leitungen zu warm und dann kann es einfach zum Kabelbrand kommen. Also das ist gefährlich, von daher muss man gucken, dass nicht zu viel Leistung da plötzlich durchgeht. Was ich eben sagen wollte, ich habe das draußen angestellt, an so einem Tag wie morgen, die Sonne scheint von früh bis spät, aber es ist niemand zu Hause, der Fernseher ist aus, ich brauche fast keinen Strom. Dann habe ich ja zu viel Strom, der bei mir im Netz ist. Geht das dann in das andere Stromnetz, also läuft dann mein Stromzähler rückwärts? Also Ihr Stromzähler würde rückwärts laufen, aber das ist in Deutschland verboten. Also Sie bräuchten dann einen speziellen Stromzähler, der Ihnen dann sozusagen diesen Strom auch wieder gutschreibt. Dafür gibt es eine Einspeisevergütung und das würde dann darüber abgewickelt werden. So, also dann würde ich sogar noch Geld wieder zurückbekommen. Dann würden Sie Geld wieder zurückbekommen, genau. Wenn wir schon beim Geld sind. Was kostet denn so eine Anlage? Wie lange muss ich die betreiben, bis sich das rechnet? Also ein Modul gibt es unterschiedliche Kategorien, wie viel Leistung das erzeugen kann. Das fängt so ab 200 Euro an, so ein Modul. Sie können damit rechnen, dass Sie bis sechs, sechs bis acht Jahre brauchen, um das Ganze zu amortisieren. Dann können Sie aber auch wirklich, weil so ein Gerät so 20 Jahre hält, dann auch wirklich gut ein Stück in Profit mit reinfahren. Das heißt, nach acht Jahren wird verdient und wenn dann noch zwölf Jahre drin sind und 20 Jahre, schafft so eine Anlage auf jeden Fall? Ja, auf jeden Fall. Es kommt natürlich darauf an, in welche Richtung man auch und welche Neigung. Das ist ja auch noch eigentlich eine Wissenschaft für sich? Ja, eine kleine Wissenschaft für sich. Sie sollten schon einen Balkon haben, der im Süden ausgerichtet ist. Das bringt natürlich einen besseren Vorteil. Und wenn der natürlich auch die Neigung zum Sonnenwinkel passt, dann ist das natürlich auch deutlich besser. Dann ist einfach der Ertrag höher und Sie können einfach auch mehr Verbraucher dann über Solarenergie speisen. Sie sind nun vom Fach. Ist sowas empfehlenswert oder sagen Sie, ja, der Kinker klitzelt, was holt man denn da raus an Energie? Also wir haben Berechnungen dazu gemacht und es zeigt sich schon, dass Sie knapp ein Viertel Ihres Energiebedarfs damit decken können. Wenn Sie eine vierköpfige Familie als Grundlage nehmen, dann können Sie ein Viertel Ihrer Stromkosten damit einsparen. Und ich glaube, das ist für jeden, wenn er mal auf seine Stromrechnung schaut, die wird ja auch jedes Jahr teurer, schon eine ganz ordentliche Portion, die Sie da mit abdecken können. Also man weiß, was so ein handelsüblicher Föhn verbraucht. Produziert der schon so viel Energie oder reicht es dafür noch nicht? Für einen Föhn nicht. Also ein paar hundert Watt sind es dann aber eben schon. Genau, die normalen Modelle haben so zwischen 300 und 450 Watt. Sie haben gesagt, ein neuer Stromzähler und anmelden. Das ist ja wahrscheinlich schwierige Bürokratie. Muss der irgendwo hingehen oder kann man sowas online machen? Nein, das ist eigentlich relativ einfach, der Anmeldeprozess. Sie können das bei der Bundesnetzagentur, müssen Sie es anmelden und bei Ihrem Energieversorger. Dafür gibt es aber Online-Formulare und das ist eigentlich relativ kompliziert. Äh, Entschuldigung, relativ einfach. Also relativ einfach. Kompliziert wäre genau das andere. Und mit so einem neuer Stromzähler. Also wenn ich schon das Modul kaufe und das kostet Geld. Was kostet denn ein Stromzähler? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Also so ein Stromzähler mit Einbau können Sie ab 50 Euro dafür rechnen. Dann sind Sie aber auch gleich für die Zukunft gewappnet. Gut. Das muss ja alles auch in Sachen Sicherheit getestet sein. Muss ich da aufpassen? Oder alles, was in Deutschland auf dem Markt ist, ist auch sicher? Ähm, wir empfehlen natürlich immer getestete Produkte zu kaufen. Das sehen Sie dann an verschiedenen Prüfsiegeln, wie zum Beispiel im VDE-Prüfsiegel. Ähm, da würden wir natürlich immer empfehlen, äh, darauf zuzugreifen. Gut. Also schauen, ob es sicher ist. Aber es ist eine tolle Idee. Man kann sich seinen oder einen Teil seines Stroms selber produzieren, wenn die Sonne scheint so wie morgen. Herr Mollau, vielen Dank.